Herzlich Willkommen, wir sind hier in Vancouver bei der Olympiade 2010 und wir sehen hier im Hintergrund sind schon die ersten Lampen zu sehen. Die ersten Proben sind gelaufen, es wird in den nächsten Tagen rund gehen, eigentlich genauer gesagt die nächsten 23 Tage. Wir werden zweimal am Abend hier eine große Licht- und Lasershow inklusive Feuerwerkzeigen unter anderem von der Sonne von Bokatec, das sind wir, wir machen die Lasershow für diese ganz multimediale Veranstaltung hier. Ja, ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen, in den nächsten Tagen gibt es mehr. Zurück ins Studio.